Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal mit einem kleinen Meinungsvideo, denn in den vergangenen, weiß nicht, ein, zwei Wochen, habe ich durchaus immer mal meinen Unmut zu Patch 10.1.7 bekundet. Heute geht es aber um was, was mir sehr, sehr gut gefallen hat und das ist das Event Geheimnisse von Azeroth. Gut, alles in allem wusste ich vorher nicht so wirklich, was man von diesem ganzen Ding erwartet. Blizzard hat sich ja ja relativ kryptisch gehalten im Sinne von, ja, wir mussten Rätsel lösen. Das war im Vorfeld bekannt, aber viel mehr haben sie eigentlich nicht bekannt gegeben und viel mehr war auch ehrlicherweise nicht über Datamining bekannt, weil dieses Konzept einfach war. Jeden Tag während des Events wurde ein neuer Hinweis freigegeben, da musstet ihr ein Rätsel lösen und von Tag zu Tag habt ihr dann hier einen Fortschritt im Erfolg hingelegt und am Ende, wenn ihr alle Rätsel gelöst habt, gab es ein Reitier, einen Titel Ehrenbewahrerin. Das Reitier trägt aber auch so eine coole Tweetmütze. Man hat hier Spielzeuge gefunden, dafür auch einen Erfolg bekommen und dann noch der Wissbegierige als Titel. Man konnte sich noch einen Mount holen und noch einen anderen Erfolg. Hier mit diesen gemeinschaftlichen Gerüchten, findet fünf vergrabene Säckchen. Das hatte ich nicht gemacht, weil ich ehrlich gesagt keine Lust und auch teilweise etwas wenig Zeit dafür hatte. Aber alles in allem, dieses Event hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Und das zeigt für mich zwei Dinge, die ich gern in Zukunft auch wieder sehen würde. A, dieses Event hat es geschafft, dass die Leute wieder mehr in der Welt herumreisen. Das ist was, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Klar hast du dich weitestgehend auf den Dracheninseln ausgetobt, aber ich kann mich auch erinnern, dass wir zwischenzeitlich mal nach Karazan geschickt wurden, in dem Raid unterwegs waren und so weiter und so fort. Wir waren ganz am Anfang auf Nordend unterwegs. Und wenn ich ehrlich bin, das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Blizzard, ähm, oder leider, das ist kein Blizzard-Phänomen, leider ist es oftmals so, dass wenn du ein MMO hast und es kommen neue Inhalte, halten sich die Leute natürlich in den neuen Gebieten auf und nicht in den alten, die es schon seit Jahren gibt. Und klar, man hat da jetzt nicht ewig rumgestrollt, aber ich fand es sehr, sehr cool durch das Event, dass man zum Beispiel mal wieder in Karazan war. War ich ewig nicht mehr. Und das hat irgendwie gute, gute Flashbacks getriggert. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, mit Hilfe von solchen Events, und da kommen ja auch im nächsten Patch Drachenreitrennen für Nordend, die, äh, verheerten Inseln für Pandaria und so weiter, da macht Blizzard damit weiter. Mit solchen Events kann man alte Teile der Welt wieder mehr relevant machen. Und das würde ich sehr gerne begrüßen. World of Warcraft hat sehr, sehr schöne Gebiete und selbst wenn man dann mal für 10 Minuten zurückkehrt, aber es gibt einem irgendwie, mir zumindest, ein gutes Gefühl, ist schön nostalgisch. Und zweitens, was ich an der gesamten Geschichte mochte, dass du jeden Tag eigentlich ein bisschen was zu tun hattest, wenn du wolltest, aber du wurdest nicht gezwungen, alles an einem Tag zu machen. Also, es war dir selbst überlassen, wie du dieses ganze Event angehst. Ähm, das fand ich sehr, sehr nett. Und man könnte jetzt sagen, es war Time-Gating im Sinne von, klar, nicht alle Inhalte des Events wurden sofort freigeschaltet und wer das wirklich alles haben wollte, musste sich über einen Zeitraum von 14 Tagen einloggen oder er musste alles am letzten Tag erledigen und so weiter und so fort. Aber ich finde, hier ist mir das überhaupt nicht negativ aufgestoßen, weil es zum Setting des Events gepasst hat, ne? Geheimnisse finden, weil man hatte wirklich das Gefühl gehabt, man löst Tag für Tag kleine Rätsel und am Ende fügt sich ein großes Ganzes zusammen. Und ich muss sogar ehrlich gesagt sagen, hätte ich von Anfang an alle Hinweise zur Verfügung gehabt, hätte ich wahrscheinlich ein paar gemacht, dann hätte ich keine Lust mehr gehabt und dann hätte ich am letzten Tag alle durchgerasselt, weil ich noch irgendwie das Mount haben wollte. So hatte man fein portioniert, jeden Tag ein bisschen was gemacht, hat mich sehr gut unterhalten und gerade in den aktuellen Zeiten, ich meine, ich hätte das Spiel so oder so abonniert wegen Raid und so weiter und so fort, aber so hatte ich in den Phasen, in denen nicht so viel zu tun ist gerade, trotzdem einen Anreiz, jeden Tag einzuloggen. Und ich habe mich ehrlich gesagt gefreut, jeden Tag dieses neue Rätsel zu machen. Eben nicht nur, weil es interessant war, teilweise, manches habe ich auch gar nicht mitgekriegt oder durchgelesen, aber dieses, dass zwischendurch halt auch immer mal ein paar Belohnungen gestreut waren. Also nicht nur, okay, du musst jetzt jeden Tag was machen und am Ende kriegst du deinen Mount, sondern am, weiß nicht, zweiten, dritten Tag gab es mal ein Spielzeug, dann wieder zwei Tage später, dann gab es mal einen Transmog. Das fand ich ziemlich cool, sehr motivierend und auch das würde ich mir sehr gerne für die Zukunft wünschen. Und Aspekt Nummer drei, der war jetzt für mich nicht so relevant. Ich hatte versucht, möglichst schnell durch die Rätsel zu gehen, damit ich zeitnah ein Video dazu veröffentlichen kann und konnte. Da muss man halt einfach sagen, bei so Geschichten musst du schnell dran sein, wenn du willst, dass dein Video besser performt als andere. Ist leider so. Dementsprechend ging es für mich darum, schnell durch die Rätsel zu ballern und ich habe mir meistens Lösungen angeguckt und oder durchgelesen, wie auch immer, um das schnellstmöglich anzugehen. Aber wenn man selber so ein bisschen am Rätseln war, das habe ich zumindest beim letzten Event gemacht, fand ich, hat es dem Spiel auch einen netten Touch gegeben, muss ich sagen. Also dadurch, dass du mittlerweile ja eigentlich, wenn du Quests bekommst, kriegst du immer angezeigt, wo du hingehen musst und so weiter und so fort. Da bin ich auch sehr froh drum. Ich will damit nicht andeuten, dass ich mir Zeiten von Classic zurückwünsche, dass du keine Ahnung hast, was du bei der Quest jetzt machen musst. Aber im Rahmen dieses Events, dass du mal ein bisschen nachdenken musstest und so weiter und so fort, fand ich das ebenfalls sehr, sehr cool. Und ja, ich will es nicht länger in die Länge ziehen als nötig, aber ich war von diesem Event sehr, sehr positiv überrascht. Es hat Spaß gemacht, es hat mich in alte Gebiete zurückgeführt, es hat Abwechslung ins Spiel gebracht und es gab nette Belohnungen. Also alles in allem. Ich habe wirklich gar nichts dran auszusetzen. Dementsprechend, ich hoffe, dass dieses Event vielleicht nächstes Jahr um die Zeit noch mal zurückkehrt, für die Leute, die es jetzt nicht machen konnten. Oder was ich auch sehr, sehr geil fände, wenn es mehrmals jährlich, aber dann mit neuen Rätseln wiederkommt. Oder von mir aus auch nur zweimal jährlich oder einmal jährlich. Aber dann ist wieder ein neuer Fall am Start, wo man wieder neue Rätsel lösen muss, wieder neue Belohnungen erspielen kann. Man könnte das vielleicht auf andere Kontinente ausweiten und so weiter und so fort. Also ich glaube, da ist ziemlich viel möglich. Ich bin gespannt, hoffe, dass es trotz allem irgendwie wiederkommt. Und ja, wie bereits erwähnt, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Damit, danke fürs Zusehen, schreibt gerne in die Kommentare, wie euch dieses Event gefallen hat. Ich bin gespannt, was ich so auf meinem Instagram-Profil gelesen habe. Kam es bei vielen von euch auch eher gut an? Also ich glaube, das Feedback ist da sehr, sehr positiv aus der Community. Aber wie gesagt, schreibt es gerne nochmal in die Kommentare. Damit bis dahin, habt eine gute Zeit, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.